Willkommen zurück zu Sekio, Shadows Die Twice. Wir versuchen nochmal die Eule oder den Uhu oder keine Ahnung, wir versuchen einfach den Opa Platz zu machen. Das sah so aus, als würde da was dahinter liegen. Wie viele Geist-Embleme haben wir? Oh, ganz viele. Okay, probieren wir es trotzdem. Ja, okay, Skill-Punkte sind verteilt. Okay. Okay, Doppel funktioniert bei ihm. Okay. 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 Das war's für heute. Oh! Alter Schwede! Immer gut! Alter Schwede! Hey! 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 Das war's für heute. 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 Du Ratte. Das ist eine verdammte Ratte. Das kann doch nicht wahr sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe echt keine Lust, das Spiel hier beenden zu müssen, weil wir an diesem blöden Uhu nicht vorbeikommen. Das wäre voll assi. Das war's für heute. Mann! Der Affe. Der Affe war leichter. Viel leichter. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich...? Was? Das war's für heute? Danke. Danke. Jetzt aber. No, 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 no. Komplett aus dem Rhythmus raus. Kurz warten. Da ist er. 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 Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, wow. Wir können uns ein Geist-Emblem kaufen. Gut, dass ich das Gegenmittel ausgerüstet habe, ich brauche es nicht mal, weil ich nicht mehr so weit komme. Absolut lächerlich. Oh, mein Gott. 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 Das war's. Oh my god. Okay. 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 Ja, ne ist es doch. Cool, geben wir das auch leer. Ach, come on. Das ist doch komplett für die Tonne. Aber sowas von komplett für die Tonne. Wir haben drei Geister-Embleme, das ist absolut witzlos. Keine Pellets mehr, kein Gegenmittel mehr. Reichtum braucht man nicht, Eigentum. Komm rein damit. Ja, Gegenmittel und so Zeug, bitte. Hält das nach dem Rasten an? Das habe ich noch nie ausprobiert. Scheint so. Ist ja wunderbar. Hilft nicht wirklich. Ah, was eine Verschwendung. Aber okay. Ich brauche Geister-Embleme. Und vom Gold können wir auch ein paar Geister-Embleme kaufen. Machen wir so, dass wir einmal voll haben. Das müssten 16 sein, glaube ich. Und vom Rest kaufen wir einfach ein paar Geister-Embleme. Nicht, dass es uns helfen wird. Falsch. So. Das ist witzlos. Ich gucke mal in der nächsten Folge. Schauen wir mal hier noch ein bisschen rum. Ob es da noch irgendwas gibt. Wobei, hier war ich ja, glaube ich, schon. Und da war nichts. Oder? Ne, wir latschen immer noch die gleichen Nasen rum. Okay, dann. Schauen wir mal. Vielleicht kloppe ich mich lieber mit dem anderen Elite-Bob da hinten. Ah. Ich weiß nicht, warum der Uhu so krass... Warum ich den nicht auf die Kette kriege. Seid ihr da oben drin? Ah, die Kanonen-Bob sind tatsächlich da drin. Mal gucken, ob der mitmacht. Was zieht mich da? Äh, excuse me? Holy Moly! Hallo. Hallo. Danke. Ist mein Kanonen-Mensch noch am Leben? Ja. Komm, komm. Komm. Okay. Holy Moly! Alter. Zündet er sie einfach an? Ach, der da oben hat mich gesehen gehabt. Alter, ich vergaß. Ihr seid ja die nervigen kleinen Kackzwerge. So. Ich seh dich. So ist es nicht, mein Freund. Kommst du runter? Kommst du runter. Das ist auch so einer von den Anzünders. Ja. Eindeutig. Oh, hey. Ups. Ups. Oh, Gott. Oh, okay. Oh, ein schwerer Geldbeutel. Auch gut. Hier kommt echt nichts mehr. Was zur Hölle? Ei, ei, ei. Ei, ei. Wie viel Geld haben wir denn? Das ist doch mal ein Wort. Ist hier lang? Definitiv nicht. Irgendwo gab es doch noch einen Weg. Ähm, hallo? Hallo? Jetzt komm halt mit deiner normalen Attacke hier an. Ah, Mikiri. Counter. das war jetzt schlimmer als es hätte sein müssen ganz ehrlich ich wollte doch nur in die richtung schauen das müsste der weg sein zu diesem anderen elite bobo come on kann man da irgendwie hoch nicht aufschalten macht was ihr wollt sind eh Beschäftigte haufe der folgt bin ich sonst werde ich das bereuen so das müsste hier unten sein okay dann mache ich genau hier eine Pause und versuche den da in der nächsten Folge dann mal umzuballern vielleicht funktioniert es vielleicht nicht ich bin nur mäßig zuversichtlich und somit sage ich erstmal danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Like da gerne auch ein Abo macht's gut bis zum nächsten Mal das ist ja ja bis zum nächsten Mal ich bin